Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und der liebe Epic, der ist heute unser richtig guter Spezialgast, weil... Ich muss heute alles machen, was der Epic sagt. Oh nein! Oh, das ist so cool! Ich bin ein Spezialgast und du musst alles machen, was ich sage. Das ist so richtig lustig. Okay, Katja, ich habe ein bisschen Hunger. Ich hätte gerne Äpfelchen. Äpfelchen? Oh nein! Du kannst mir einfach jede Aufgabe stellen und ich muss gucken, dass ich die irgendwie lösen kann. Und Äpfelchen finden ist nicht so nice. Ich habe ein bisschen Brot dabei. Willst du Brot? Ja! Brot ist auch okay? Okay, guck mal, dann bekommst du hier ein bisschen Brot. Schau mal, bitte schön. Oh, das ist wirklich so lustig. Okay, Katja. Als nächstes hätte ich gerne vielleicht ein kleines Häuschen, wo ich drin wohnen kann. Oh, okay, warte mal, ich baue dir schnell eins. Warte, ich hole hier ein bisschen Holz und dann baue ich dir ein richtig doll gutes Häuschen, okay? Oh ja, das macht wirklich richtig doll viel Spaß. Und vor allem, du musst hier einfach gar nichts machen. Ich muss alles für dich machen. Jede Aufgabe, die du mir sagst, muss ich erledigen. Ach man. Oh, das stimmt. Und warte mal, ich könnte dich vielleicht auch ein bisschen trollen insgesamt. Hey, Äpfelchen, warte mal. Wo möchtest du denn dein Häuschen gerne haben? Ich hätte mein Häuschen gerne auf dem Wasser. Auf dem Wasser? Ja. Oh, okay. Na gut, dann hole ich mir noch ein bisschen Holz und dann baue ich dir ein schönes Häuschen. Ach man. Okay, Moment mal, Äpfelchen, ich baue ein schönes Häuschen für dich. Und wenn du möchtest, kannst du mir sogar ein bisschen mithelfen. Also nur, wenn du möchtest. Oh, sehr gerne. Das ist cool. Dann können wir das zusammen machen. Und du kannst für dich in dem Häuschen einen wirklich richtig doll schönen Raum bauen. Genauso wie du es am liebsten haben würdest. Oh, Dankeschön. Okay, warte mal, Epic. Ich mache uns mal kurz ein Crafting Table. Dann holen wir uns noch mehr Holz und dann bauen wir ein richtig cooles Häuschen hier. Und, warte mal. Wir wollen das hier nur hier aus dem dunklen Holz wahrscheinlich machen. Hast du noch irgendwie Wünsche? Ich hätte gerne ein paar Bären von da hinten. Okay, hole ich dir. Ja, Dankeschön. Das ist so lustig. Ach man. Okay, dann bekomme ich hier ein paar Bären. Sehr nice. Aber das ist richtig so lustig. Ich muss zwar alles machen, was du möchtest, aber ich meine, ich kann bestimmt auch mal eine Bäre essen. Natürlich. So, guck mal, bitteschön. Du kriegst hier Bärchen und ein paar. Nicht alle. Äh, Moment voll. Ich bin zwei. Bitteschön, du kriegst die Hälfte. Dankeschön. Okay, warte mal, Epic. Dann mache ich dein Häuslein richtig doll groß. So und so. Und dann machen wir hier nochmal eine Kurve rein. Also, dass es vielleicht so groß ist. Und vor allem ist es ja richtig doll auf dem Wasser. Das ist voll nice. Oh, das stimmt. Okay, warte mal, Katja. Du kannst hier das Häuschen weiterbauen. Und in der Zeit gehe ich ein bisschen in die Mine und suche vielleicht ein bisschen Eisen. Das wäre cool. Das wäre echt nice. Okay, warte mal. Dann mache ich das hier ein bisschen weiter. Das wird so schön aussehen am Ende. Und wenn du in der Mine bist, kannst du richtig doll nice Sachen mitnehmen. Oh ja, guck mal, Katja. Hier mache ich auf jeden Fall den Mineneingang. Dann kann man eben mal reinlaufen. Oh, sehr cool. Aber das ist voll schön eigentlich auch hier mit dem kleinen See und allem. Okay, warte mal. Willst du Fenster drin haben? Hm, ja. Okay. Und Moment mal, Katja. Ich habe hier wirklich eine richtig doll große Felsspalte gefunden mit richtig doll wiesen, fiesen Monstern. Moment mal. Willst du für mich hier in die Höhle reingehen und die ganzen Monster wegschnetzeln? Okay, ich mache... Oh, alles für dich da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Epic, das sind viel zu viele. Das schaffe ich niemals. Oh, Moment mal. Was ist denn hier los? Ich helfe dir ein bisschen, ja? Epic, da können wir nicht hin. Da kommen wir auch niemals runter. Oh, ich bin fast runtergefallen. Okay, ich hole mir hier ein bisschen Stein. Ich habe noch nichts. Und dann versuchen wir uns... Schau nach oben, schau nach oben. Was denn, was denn, was denn? Oh Gott, das ist unser See gewesen. Oh nein. Wir können einfach... Das ist ein Creeper in unserem Haus. Wir haben einfach ein riesengroßes Loch vor uns im Häuschen. Oh, aber dafür können wir jetzt einfach nach unten gehen. Das ist nice. Das stimmt. Oh Mann. Dafür ist aber jetzt dein Eingang so ein bisschen, ja, semi... Oh Gott. Epic, hier sind 80 Creeper oder so. Oh Gott, pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe mal bis jetzt. Ich habe mal bis jetzt. Oh Katja, Katja, ich esse es. Ich esse es. Ich esse was. Okay, okay. So und so und so. Katja, ich stelle die Creeper für dich weg. Und hallo, Creeper. Aber ich muss das doch für dich machen. Ich helfe dir. Oh Gott. Oh Gott. Zwei Herzen. Zwei Herzen. Ich muss was essen. Ich muss was essen. Das ist ein Skelett. Das ist ein Skelett. Das ist ein Skelett. Stellst du den Creeper hier weg? Hey, was ist denn hier los? Oh, das ist super. Er ist auf unserer Seite. Und zack. Und zack. Und zack. Oh, hinter dir. Als ob. Ich rette dich. Ich habe Holz. Oh, das ist sehr gut. Okay, warte mal. So und so. Dann können wir das Skelett hier wegschnetzeln. Und hier ist so doll viel Eisen. Und wir könnten aus Steinen richtig so gute Steinspitzehacke machen und das ganze Eisen abbauen. Schau mal, bitteschön. Ich habe hier eine Crafting-Table für dich. Und dann mache ich mir auch eine gute Spitzhacke. Das ist cool. Und dann können wir sogar das Haus noch zu Ende machen. Aber ich habe fast alle Mops für dich weggeschnetzelt. Oh, nicht alle. Oh, das ist sehr lieb. Bitte. Da ist eine Hexe. Da ist eine Hexe. Oh, die will was schmeißen. Oh, ich glaube, die hat was auf das Skelett geschmissen. Oh, nice. Okay, warte mal. Da baue ich hier auf jeden Fall schon ein bisschen Eisen ab. Dann haben wir wirklich eine richtig gute Eisenausrüstung. Da ist eine Hexe. Oh, pass bloß auf, Katja. Oh Gott, ich muss erst mal regenerieren. Moment mal, ich helfe dir. Oh, danke, Katja. Moment mal. Ist die Hexe down? Nein. Nein, du bist da hinten. Okay, dann esse ich noch mal was. So und so. Pass bloß auf, da hinten, Katja. Oh, oh. Au, au, au. Ich höre dich. Das ist so weh. Zack und zack. Und so und so. Du bist weg. Die ist so böse. Oh Gott, ich habe mal das Herz. Tschüss, Epic. Tschüss. Oh, bye, bye. Moment mal. Wir müssen unbedingt mehr Schwärdchen craften. Mauer. Oh, ich brauche schnell ein Schwärdchen für uns beide, okay? Mauer. Ich habe keine Holz. Nein. Ah, warte, ich habe Holz. Ich habe Holz. Ja, ja. Guck mal, bitteschön. Dankeschön. Hey, hey, hey. Oh, oh. Oh, die Hexe ist da. Die Hexe. Ich wurde auch vergiftet. Hey, Hexe. Das ist gar nicht lieb, Epic. Oh. Oh. Epic, die Hexe ist so fies. Und sie will einfach nicht down gehen. Moment mal. So, so, so. Ich schnitzel alle für dich weg. Das kann doch nicht sein. Was ist denn mit dieser Hexe los? Ich kann sie nicht angreifen. Ich kann sie, ich kann nichts machen. Ich habe Weakness. Oh nein. Ich habe auch Weakness. Das ist so fies. Autschie. Das ist, ich kann auch generell, oh, generell kann ich schon was ab. Ja, komm her, Hexe. Wenn ich wieder was kann und dann, oh Mann. Wir haben sie weggeschnitzelt. Endlich. Ach Mann. Oh, sehr gut gemacht, Katja. Okay, war's dabei. Dann hole ich hier oben noch ein bisschen Eisen insgesamt. So und so. Und ich bin immer noch ein bisschen vergiftet. Oh nein. Epic, hast du aber irgendwie noch einen Wunsch vielleicht? Ich meine, es wird bald dunkel. Willst du ein Bett haben? Oh ja. Das wäre sehr nett von dir. Okay, warte mal. Hast du vielleicht noch ein bisschen Eisen für mich? Weil dann könnte ich das schmelzen und daraus eine Schere machen. Oh, natürlich. Warte mal, Katja. Ich gebe dir die Hälfte. Bitte schön. Danke. Und bitte schön. Sehr nice. Okay, warte mal. Ich gehe wieder hoch zu unserem Häuschen. Oh. Ich habe ein Herz. Oh, oh. Epic, brauchst du was zu essen? Ich habe, ich habe, ich habe. Okay, sehr gut. Epic, hier besucht uns die kleine Zombie-Familie. Oh, oh. Oh nein, 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 nein. Nein. Au. Du wirst weggeschnitzelt. Und au. Nicht mich weggeschnitzeln. Und Achtung. Au. Ja, sehr nice. Okay. Okay, da kommt hier noch ein anderer Zombie. Du wirst auch weggeschnitzelt. Ich gehe auf die Suche nach Schäfchen, okay? Oh, ja, ja. Das ist sehr gut. Da können wir ein Bettchen machen und schlafen. Okay, warte mal, Katja. In der Zeit baue ich hier das Häuschen noch ein bisschen weiter. Oh Gott. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Ich habe hier die Schere nicht. Okay, warte mal, Epic. Das Schäfchen habe ich nicht bekommen. Warte, da ist noch ein Schäfchen. Epic, ich mache hier alles für dich. Guck mal, hier sind so viele Zombies. Und oh. Oh, danke schön, Katja. Das ist wirklich so nice. Okay. Okay, ich baue hier gerade noch das Haus weiter. Und Katja, weißt du was? Was denn? Ich hätte gerne drei Diamanten. Drei Diamanten? Epic, die bekomme ich jetzt nicht so schnell her. Okay, warte. Ich mache... Oh Gott, sind da viele Zombies. Ich mache dir auf jeden Fall erstmal ein Bettchen. Und dann gehe ich in die Mine und hole dir ganz, ganz viele Diamanten sogar. Oh, das ist sehr lieb von dir. Okay, warte mal, Epic. Ich habe jetzt, glaube ich, genügend Wolle. Ich komme wieder zu dir und mache dein schönes Bettchen bereit. Dann schlafen wir. Und dann geht es ab in die Mine nochmal. Oh, das ist ja nice. Oh je, wo bist du hier eigentlich? Oh, okay, warte mal. Hier ist auf jeden Fall der Eingang zu Mine. Und du hast hier schon richtig weit was gebaut. Und oh je, hier sind so viele Monster. Was geht denn hier ab? Okay, jetzt werden erstmal schöne Bettchen gemacht. So, einmal. Und ich kann direkt noch eins machen. Nice. So. Und zack. Und süße Bettchen. Guck mal. Und so. Oder vielleicht auch lieber so rum. So und so. Gute Nacht. Oh. Gute Nacht, Katja. Oh, das ist sehr lieb von dir. Schlaf gut. Und abends, Bittchen. Guten Morgen. So, warte mal. Oh, du hast mir eine Eisenspitztacke gemacht und sogar ein Eisenschwärtchen. Oh, danke schön. Oh, gerne, Katja. Und schau mal. Unser Häuschen hat jetzt auch ein kleines Dach. Da mache ich noch ein paar Fenster rein. Was geht denn hier ab? Und wir können hier umlaufen. Ey, ganz ein Zombie-Quatschmacher. Oh, du bist weggeschnetzelt. Und zack. Zack. Oh, das ist so ein Skelett. Oh, oh. Zack. Moment mal. So und so. Du bist auch weggeschnetzelt. Und zack. Und zack. Oh, sehr nice. Okay, warte mal. Dann esse ich noch was. Und dann geht es ab in die Mine. Und ich finde ganz viele Diamanten für dich. Oh, das ist sehr lieb. Okay. In der Zeit mache ich hier oben ein paar Fensterchen rein. Uh, hier ist ein Gang. Ey, Fick, hier sind Diamanten. Warte mal. Sind das zwei? Ja. Oh, ich habe deine Aufgabe erledigt. So, warte. Es sind sogar vier Stück. Nee, es sind fünf Stück. Das ist nice. Und hier ist einfach so ein Gang. Ich glaube, das ist ein Schacht. Und als ob. Ich habe hier eine Kiste gefunden. Da ist auch noch ein Diamant drin gewesen. Ich habe einfach insgesamt sechs Diamanten. Und wir können uns daraus einfach schon zwei Spitzhacken machen. Das ist so nice, Katja. Oh, und es macht auch wirklich richtig doll viel Spaß, dir richtig doll lustige Aufgaben zu geben. Oh, das ist ja richtig doll cool. Moment mal. Ich komme mich einfach ein bisschen weiter graben. Und habe jetzt hier den Schacht gefunden. Okay. Ich nehme noch ein bisschen Eisen mit. Und gucke mal, ob ich vielleicht noch irgendwas schnell finde. Ansonsten bringe ich dir die Diamanten sofort. Ist hier was? Hallo? Oh, als was? Okay, was? Hier geht so eine Treppenstufe runter. Und hier sind drei Diamanten noch. Ich habe insgesamt neun Stück. Was? So gut, Katja. Moment mal. Du hast doch richtig doll viele Diamanten gefunden. Ja. Richtig nice. Voll gut. Haben wir hier noch irgendwas? Hier sind wieder so viele Monster. Warte mal. Oder hier vielleicht? Ich will dir noch mehr Diamanten bringen, aber vielleicht finde ich keine mehr. Oh Gott. Das ist mir alles zu gefährlich. Ich komme wieder hoch, okay? Oh ja, sehr nice, Katja. Das sind so doll viele Diamanten mehr. Das ist richtig doll cool. Aua. Oh, und Epic, ich bin wieder da. Ich habe mir zwischenzeitlich echt weh getan, muss ich sagen. Okay, warte mal. Schau mal. Du hast hier jetzt neun Diamanten und du hast sogar die Betten eingefärbt. Und das Häuslein sieht auch richtig doll gut aus. Oh, danke schön. Und wir haben jetzt neun Diamanten. Und Katja, ich habe schon eine nächste Aufgabe für dich. Oh, was denn? Ähm, Moment mal. Ich komme zu dir nach oben hin. Ja, ja. So und so. Okay, Katja. Da hinten ist der Turm vom Dorf. Und ich bin gerade runtergeblumst. Und warte mal, du kannst in den Turm reingehen und schauen, was es dort gibt, okay? Okay, warte mal. Dann gucke ich mal, was es da für dich gibt. Und uh, der Turm ist mir noch gar nicht richtig aufgefallen. Denkst du, das ist von einem Dorf? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, warte mal. Hier geht's lang. Ich mache jede Aufgabe für dich. So, warte. So und so. Und ja, das ist wirklich ein Dörfchen. Das sieht voll schön aus. Guck mal. Hier ist sogar Eisenrüstung. Was ist das denn? Warte mal. Die nehme ich mit. Und die nehme ich auch mit. So und so. Richtig doll nice. Was haben wir hier? Das sieht aber voll seltsam aus, das Dörfchen irgendwie. Das ist so an einem Berg. Eigentlich sieht's gut aus, muss ich sagen. Und hier ist ein bisschen Kohle drin. Und uh, sogar lila Teppich. Okay, warte mal. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Ausrüstung für dich. Und hier ist ein Baby-Villager. Wie süß ist der denn? Oh, sehr cool. Moment mal. Hast du schon auf den Turm oben drauf geklettert? Nein, warte mal. Ich hole hier... Oh, Kartoffeln. Die nehme ich auch noch mit. So, warte mal. Dann geht's jetzt hoch zum Turm. Und hörst du die Glocke? Nein, Leute, nö. Och Mann, du bist zu weit weg. Okay, warte mal. Ab zum Turm. Und warte, sehe ich dich? Hallöchen, wo bist du? Hallo, hier hinten. Wo hinten? Oh, da hinten. Hallo, ich habe einen Bogen. Nice. Warte mal. Ich gehe mal hier rein. Oh, das ist schön. Hier ist sogar ein Braustand. Und Epic, das Dorf ist so schön. Das musstest du eigentlich auch dir nochmal ansehen. Aber ich habe einfach Eisenausrüstung gefunden. Das ist ja richtig doll cool. Oh, das stimmt. Und warte mal. Siehst du mich hier? Moment mal. Hallo. Nein, ich sehe dich da gar nicht. Ich weiß nicht. Hier sind so viele Bäume. Oh, ich sehe dich auch nicht. Oh, hi Epic. Da bist du mit deinem Bogen. Bitte nicht treffen. Bitte nicht treffen. Hallo. Hallo. Guck mal. Ich habe ein paar Sachen für dich. Ich komme hoch zu dir. So und so. Und im Dorf waren richtig doll coole Sachen. Als erstes habe ich dir eine Blume gepflückt. Dann habe ich dir einen Eisenhelm mitgebracht und einen Eisenhanisch. Und dann noch ein paar Kartoffeln und einen goldenen Apfel. Oh, danke dir, Katja. Das ist ja so nice. Jetzt bin ich tipptopp ausgerüstet. Oh, so cool. Und Moment mal. Das hat ja richtig doll viel Spaß gemacht, dass ich alle Aufgaben, die du mir gesagt hast, erledigen musste. Oh, das stimmt. Das war so lustig. Ich konnte dir einfach jede Aufgabe stellen und die musstest du dann machen. Das war so cool. Und unser Häuschen sieht auch richtig doll gut aus. Das hast du so schön gebaut. Oh, danke schön. Das war richtig doll lustig, tatsächlich. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.